Verdammt! Wo ist Dicke, dieser Fettsack? Der ist doch, der ist nicht richtig im Kopf. Der ist einfach nicht richtig im Kopf. Stirbst du auch mal, oder was? Stirbst du, hä? Stürbst du auch mal? Du beschissener Wichser! Wut du, wut du, hey! Mann, wut! Du, gay! Haha, warum sprichst du bitteschön nicht? Bist du dumm? Fick dich jetzt mal! Wow! Kranker Irrer! Einfach nur ein kranker Irrer! Was anderes bleibt mir da nicht zu sagen. Der hat doch Drogen genommen ohne Ende. Und ja, deswegen mache ich das jetzt auch wirklich zum letzten Mal, weil jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das ist lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Hört auf. Lasst mich einfach zum Ziel. Es ist genug. Suck mein Cock. Suck mich. Das kommentiere ich jetzt auch nicht mehr, weil jetzt wird es lame. Jetzt ist dieser Level schon wieder in der Phase, wo es sich einfach nur ankotzt. Und wo alles Schöne, was ich in dieser Welt bisher angesammelt habe, wirklich... Ja, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Die Kamera, Sackderbe. Wisst ihr was, du Bonus? Du kannst meine Eier lecken! Das hat sich alles gegen mich verschworen grad. Und warum lag der immer, wenn der aus dieser beschissenen Box rauskommt? Das ist einfach Koks, oder? Das sind doch Koks! Der ist irre. Der, 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 der hat sie nicht alle. Der Typ, der, der, der Typ geht in eine Anstalt. Schau dich an, wie der abgeht, ey. Das ist, das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Der Typ geht, wie gesagt, in eine Anstalt. Ja, jetzt weiß ich nicht, weil ich springen kann. Ich springe jetzt einfach, mir scheißegal. Ich will grad sagen, weil der jetzt sagt, ja, von so weit rum runtergesprungen, dann kriegt der einfach eine Faust. Fertig. Ich. 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 Ich bin weg von den Atomkraftgegnern. Ich bin jetzt Atomkraftbefürworter. Ich, ich nehme eine Atombombe. Jagesdienst ein Arschloch. Und lasse ihn zerfetzt über die Gegend zerstreuen. Dieser Crusher hat das Leben verwirrt. Er verdient nichts. Nichts. Als die... Sales Date. Es, 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 es geht nicht mehr an das, Leute. Es reicht. Es reicht. Es ist einfach gut. Es ist einfach gut jetzt. Nein! Verdammt! Wo soll ich das denn sehen, wenn du so wahnsinnig hochkommst? Das ist doch scheiße! Du scheiß Crusher, du. Komm her! Das ist doch, das ist klar, dass das passieren muss. Das ist doch klar. Das wird mich dann mit irgendeinem Move erledigt. Ich werfe mein Head-Sack gleich hin und dann darf der allein weitermachen. What the fuck?! Nein! Die ist doch streckige Crusher! Und du kommst, geh ich auch mal, oder? Ist der jetzt auf Urlaub? Mach der Siesta! Das, das ist Betrug. Das, das ist lächerlich. Das kann mir niemand erzählen, dass der mich erwischt hat. Oh mein Gott! Verdammt! Wollt... Wollt... Pah! Oh! Er war mit seiner verdammten Arfenfresse! Mach sowas von auf die Teil! Jetzt kommt auch noch Betrug dazu! Ich fasse es nicht, jetzt kommt auch noch Betrug dazu! Also, dass ihr dich beschissen und kackig genug wär! Nein, jetzt kommt auch noch Betrug dazu! Geil! So, ich bin mir absolut sicher, dass ich das hier nehme und da unten sehr... Werft muss! Aber ich kann nicht! Weil ein Gewicht auf fette Affe! Lieber sein Schniedel bis Friedicht anstatt hier mal... Lolololooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolo kann ich dich ja nicht austauschen, weil der ist irgendwie tot. Scheiße. Das ist halt irre. Scheiße, jetzt hat er mich verwirrt, mann. Wirfst auch des Drecks Teil mal wieder. Das gibt's nicht. Herrgott. Ich hab mich ja schon geistig eigentlich auf dieses Level gefreut. Äh, beim Schlafen. Im Traum. Aber an so etwas hätte ich niemals gedacht. Wie gesagt, das hätte ich gar nicht träumen können. Und dass dieser Quascher, ist ein Testosteron auspackt und mich mit diesem Geruchblende. Das hätte ich auch niemals vermutlich gehalten. Es ist genug, Leute. Es ist genug. Bitte. Lass mich einfach diese Stelle schaffen und gib mir so als ob es zu einem Save-Pot. Weil es reicht einfach. Es ist einfach, ja. Der Punkt ist einfach erreicht. Und ich geh mir zumindest mal ein Decay. Jungs, was das soll, dass man sich hier einfach weigert ein Decay herzugeben. Bonus! Den kannst du dir dann auch stecken. Ciao. So. Jetzt hab ich mir grad alle Drogen reingepfiffen, die ich bei Mitzhausen gefunden hab. Ja, das merkt man schon. Äh, um hier irgendwie eine Chance zu haben, dass hier einigermaßen hin zu überstehen. Ich hab keine Ahnung, wo ich gucken soll. Okay, das ist okay. Ja, schauen wir uns jetzt. Gag alle ans Ende gepackt. Das dachte ich mir auch schon fast. So, ganz ehrlich. Alles andere wäre auch etwas zu krank. Wobei ich sagen muss, über diesen Gag kann ich tatsächlich... Ich kann es nicht fassen. Gibt es irgendjemanden auf diesem Planeten, der mir sagen kann... Aus welchem Kronikertreuter gefallen bin. Deine Mutter wurde vergewaltigt, dass sie gezeugt wurde, ey. Du bist echt doch der größte Wichser von allen, ne? Ja, dann hasse ich einfach nur das ganze Level. Aber dich verachte ich, du scheiß Schwein. Dass dich so mega cool fühlt. Und dann auch noch seinen scheiß Senf dazugeben muss. Du gehörst einfach nur geschlagen, ohne Witz. Wie soll ich denn da mal genau hingehen? Ja, das war klar, dass du jetzt musst. Was? Was? Mir reicht's! Ich höre mir jetzt so ein Beschissen in DK. Dieses Arschloch soll sich auch mal wieder blicken lassen.